Herzlich willkommen zum ersten Newsflash. In diesem Format bringe ich euch sehr wichtige Themen in Kurzfassung näher und dies schon kurze Zeit, nachdem sie passiert sind. Diese Videos werden nicht länger als zwei Minuten werden. Wenn das Thema sehr wichtig ist, wird es im Monats-News-Video auch nochmals kommen. Nur dann ausführlicher und mit mehr Informationen. Das war die Einleitung und nun zum Video. S-Bahn-Stammstrecke im Juli gesperrt. Wegen Erneuerungsarbeiten kommt es zu einer fast zweiwöchigen Sperre von 5. bis 18. Juli auf der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Floridsdorf und dem Praterstern. Herzstück der Maßnahmen ist die Sanierung der Donaubrücke. Die EBB tauschen die Brückenhölzer der S-Bahn-Donabrücke, führen Vermessungsarbeiten durch und erneuern den Korrosionsschutz. Während der Sperre zwischen Floridsdorf und Praterstern wird ein Schienenersatzverkehr mit Autobussen eingerichtet. Der Mittransport von Fahrrädern ist in den Schienenersatzverkehrsbussen nicht möglich. Regionalzüge werden über Stadtlau nach Meidling, kein Halt in Matzlensdorf, umgeleitet. Die Wiener Linien akzeptieren die Fahrscheinen der EBB auf den U-Bahn-Linien U1 zwischen Leopoldau und Praterstern, U2 zwischen Stadtlau und Praterstern, U3 zwischen Simmering und Wien-Mitte und U6 zwischen Floridsdorf und Meidling, sowie auf der Straßenbahnlinie 32 zwischen Brünnerstraße und Engelsplatz. Die Modernisierungsarbeiten haben jedoch auch Auswirkungen auf den übrigen Zugverkehr. So werden einige Linien umgeleitet. S-Bahnen und Regionalzüge von und nach Retz Einige Regionalzüge werden über Wien-Süssenbrunn umgeleitet. S-Bahnen nach Hollerbrunn fahren ab Floridsdorf. Regionalzüge von und nach Bernhardstal Regionalzüge von und nach Bernhardstal, die von Wien-Meidling oder darüber hinaus fahren, werden zwischen Wien-Süssenbrunn und Wien-Meidling umgeleitet. Diese Züge halten in Wien-Stadtlau, Wien-Simmering, Wien-Hauptbahnhof und Wien-Meidling. Nahverkehr der Südbahn S-Bahnen, die laut Fahrplan auf der Strecke Wiener-Neustadt-Floridsdorf verkehren, fahren während der Gesamtsperre ab Wien-Pratastern bzw. Wien-Mitte. S-Bahnen von und nach Gensandorf fahren während der Sperre ab Floridsdorf und S-Bahnen nach Wolkersdorf und Landerteier fahren ab Floridsdorf. S-Bahnen von Strecke Wiener-Neustdorf